Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute kurz gezeigt, warum das wichtig ist, die Dateinamensendung zu aktivieren bzw. anzeigen zu lassen. Das ist ja unter Windows standardmäßig deaktiviert. Die Endung wird nicht angezeigt, zumindest bei bekannten Dateitypen. Wie zum Beispiel Bilder. Hier, das ist ein Bild. Ganz normal. Wenn wir wissen möchten, was das genau für ein Dateityp ist, dann müssen wir hier mit der rechten Maustaste über Eigenschaften. Und hier können wir sehen, dass es eine G-Page-Datei ist. Genauso bei allen anderen Dateien. Das ist eine Bage-Datei hier, die ausführbar ist, beispielsweise. Genau, wie man die Extension, die Endungen einblendet. Das geht hier sehr einfach. Anhand weniger Klicks sehr einfach den Windows Explorer hier öffnen. Und hier haben wir den Reiter Ansicht. Dann Optionen hier. Ordner Optionen hier nochmal auf dem Reiter hier Ansicht. Und genau, hier haben wir die Option, ja, Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden. Der Hacken muss hier raus. Ja, einfach übernehmen und mit OK bestätigen. Und schon sehen wir hier die Endung, die Extension, ja, G-Page, BAT, ICO. Ja, so dass wir auf den ersten Blick wissen, was es wirklich für eine Datei ist, für einen Dateityp. Genau, warum das wichtig sein kann, wollte ich euch eigentlich zeigen, anhand eines sehr einfachen Beispiels hier. Ich blende das mal wieder aus, ja. Und jetzt will ich euch kurz zeigen, wie schnell man sich da, ja, beziehungsweise wie man da auch andere Dateien schmuggeln kann, ja, hinter einem Bild, wie zum Beispiel ausführbare Dateien. Das geht auch wirklich sehr einfach, wie ihr gleich sehen werdet. Ich markiere mir jetzt die beiden Dateien hier, ja, da habe ich hier das Bild und hier die Batch-Datei. Und ich stelle einfach eine, zum Archiv hinzufügen hier, eine selbstextrahierende, hier selbst entpackende Archive. Genau, Kompressionsmethode nehmen wir hier die beste. Und ein selbst entpackendes Archive erstellen. Hier haben wir den Reiter erweitert, einfach drauf klicken. Hier haben wir SFX Optionen. Hier Setup und hier, ich mache mal ganz kurz, zack, wo war ich jetzt? Genau, also hier auf dem Setup. Hier haben wir die Möglichkeit, ja, nach dem Entpacken ausführen. Also jetzt sage ich ihm einfach, dass er nachdem er die Archive hier ausgepackt hat, soll mir die Blab.bat-Datei ausführen. Und dann natürlich das Bild auch. Das war G-Page, glaube ich. Zack. Damit das, ja, Opfer sich wenigstens auf das Bild anschauen kann. Genau. So, dann haben wir hier Modi. Hier lassen wir alle Fenster, alle Pop-Ups, ja, alle Meldungen hier ausblenden. Ja, der soll das Mux Muxer still sozusagen machen, im Hintergrund. Und hier habe ich noch mal, haben wir Text und Icon. Ich habe jetzt mir ein Icon erstellt von dem Bild hier vorher. Das lade ich jetzt mir hier. Zack. Und OK. Ja, genau. Jetzt kann ich das noch mal, weiß ich nicht, ich nenne das mal Test hier oder so. Egal, der Name spielt ja keine Rolle. Und Enter drücken. Und wir sehen hier, die Archive ist hier schon erstellt. Und jetzt, wenn wir das Bild bekommen und uns anschauen wollen, ich lösche das mal, damit ich das nicht doppelt habe. Ich habe nachher, ja, meine Batch-Datei und mein Bild, die sind jetzt hier, das ist eine Archive, die aussieht wie ein Bild. Zack, die sind jetzt weg. Und genau, wenn ich mir jetzt das Bild anschauen möchte, doppelt klicke drauf, ich sehe das Bild, ja, das ist geöffnet, alles wunderbar. Und im Hintergrund aber, hat man schon gesehen, ich mache mal ein bisschen kleiner, ist hier noch ein Fenster aufgegangen mit meiner Batch-Datei, die jetzt ausgeführt wird. Ja, das Fenster, das ist jetzt aufgeblieben hier, weil ich hier das so gesagt habe, ja, für das Beispiel. Wir können das auch so machen, dass das Fenster gar nicht aufgeht, beziehungsweise ganz, ganz kurz und wieder zu, sodass wir gar nichts davon mitkriegen. Und ja, im Hintergrund, ja, installiert sich da irgendein Programm oder werden Daten gelöscht oder, ja, was auch immer. Das war jetzt natürlich eine harmlose Batch-Datei hier, die eigentlich gar nichts gemacht hat. Aber, ja, wie gesagt, das kann unter Umständen gefährlich werden. Genau, deswegen finde ich, dass es wichtig ist, dass man doch auf den ersten Blick sieht, um was es sich genau für einen Dateityp handelt. Ja, das ist jetzt hier beispielsweise, ja, mein Bild hier, wenn ich jetzt die Extension hier gesehen hätte, also die richtige natürlich, dann hätte ich direkt gesehen, dass hier, dass es sich hier um eine Exe-Datei handelt, ja, und wenn sie schon .gpage.exe heißt, dann ist das sowieso sehr, sehr verdächtig, da sollte man die Finger erst mal davon lassen. Genau, das war es auch schon alles für heute. Ich hoffe, dass es für euch irgendwie interessant war oder weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020